Können Sie sich noch an die Mathematik erinnern mit dem Zahlenstrahl? Es gibt da einen Strahl, das ist das Rechnen mit Zahlen. Da hat man sich irgendwann überlegt, machen wir doch so einen Strahl mit gleichen, also eine Wegstrecke im Grunde, mit gleichen Abständen. Sagen wir, das hier ist die 0, die 1, die 2, die 3, die 4, die 5, die 6 und so weiter. Und wenn man jetzt zwei Zahlen addiert, dann funktioniert das folgendermaßen. Man sagt zum Beispiel die Rechnung 3 plus 2. 3 plus 2 heißt, wir nehmen einmal eine Zahl von der 0 bis zur 3. Das ist der Zahlenstrahl, der die 3 abdeckt und dann haben wir den anderen, der die 2 abdeckt, bis hier. Die 2. Und die Addition besagt einfach, dass dieser Fuß an den Kopf des ersten Falles angehängt wird. Wir verschieben das Ganze, hängen das hier dran. Und das Endergebnis lässt sich jetzt ablesen vom Fuß des ersten bis zum Kopf des zweiten. Das ist die 5 und das ist die Addition. Die Subtraktion läuft entsprechend umgekehrt. Nehmen wir mal 6, 6 minus 4. Wir haben die 6 und wir haben die 4. Wenn wir jetzt subtrahieren, dann ist die Subtraktion heißt, diesen Kopf an den hier dranhängen. So, dann wird das Ganze verschoben von bis da. Das ist das Dranhängen an die 6. Und dann lesen wir vom ersten Fuß bis zum zweiten Fuß. Also das ist das Ergebnis 2, was da rauskommt. Hier ist die 2 und hier hatten wir die 4, hier die 6 und die verschobene 4 und sie an den Kopf. Also Addition ist das Anhängen, der Fuß wird hier angehängt und verlängert und das Subtrahieren, der Kopf hier dran. Die Pfeile werden nur parallel verschoben und dann ergibt sich diese Art der Rechnen-Methodik. Mit dieser Art der Rechnen-Methodik kann man sich auch den negativen Zahlenraum erschließen. Man fängt schlicht und ergreifend an, dieses Verfahren weiter zu nutzen. Er verlängert den Zahlenstrahl nach links. Jetzt haben wir hier Minus 1, Minus 2. Sie wissen natürlich inzwischen, wie die heißen sollen. Minus 3, Minus 4, weil Sie das alles gelernt haben. Und die Logik funktioniert jetzt genauso. Hier ist der Ursprung. Da gehen alle unsere Pfeile aus und den Rest machen wir über Parallelverschiebungen. Also wenn wir jetzt so eine Rechnung haben, dass wir zum Beispiel sagen wollen, dass wir 2 minus 3, Sie wissen, dass 3 sieht so aus. Ich komme ungefähr hin. 2, 3. Jetzt haben wir ja gesagt, die Köpfe müssen aneinander. Dann heißt es also, wenn wir das hier verschieben, dann kommt der Kopf da dran von der 3. Und jetzt haben wir gesagt, vom ersten Fuß zum zweiten Fuß. Ja, jetzt müssen wir das Ergebnis da einzeichnen. Da ist die Minus 1. Mit dieser Logik, mit dieser symmetrischen Erweiterung vom positiven Zahlenraum in den negativen Streckenarithmetik, kommen wir also plötzlich dahin, dass wir negative Zahlen unterschließen können, weil die Pfeilarithmetik komplett die gleiche bleibt. Genauso auch, wenn Sie sich vorstellen, wir wollten Minus 2 plus Minus 2 zum Beispiel, wird drangehängt. Und das Ergebnis dann vom Fuß des ersten bis zum Kopf des zweiten Minus 4. Jetzt gleich kommt der Twist, den ich Ihnen im nächsten Video erzähle, wenn wir anfangen, wie sich das im Titel andeutet, den Zahlenstrahl zu grünen.